Oh, ihr schon wieder? War das denn? Nein, herzlich willkommen bei ARK Wir sind doch immer hier und... Nee, ist kacke. Geht schon. Wir haben einfach mal den Alpha machen lassen. Das wollte keiner, deswegen hat der Alpha mal das Zepter in die Hand genommen. Ich war noch ne Jungfrau, also verzeiht mir das jetzt. Habt ihr ihn den Jungfrau? Ja. Das hört sich ziemlich merkwürdig an. Alter, er hat voll die scheiß Legs schon wieder. Fühlst du dich benutzt? Nein, einfach anders. Anders anders? Markus anders? Thomas anders? Ehhh. Den kenn ich ja noch nicht mal, geh weg. Wir haben wieder mega Legs, also gehen wir heute fahren. Ja, ich hatte gerade auch das Verlust, aber ich hab Standbeer. Keine Ahnung, was momentan aus ist. Der ist kacke irgendwie, ne? Oh, wo die sind? Ach da. Kann ich den mitnehmen? Tatsächlich, ich kann Patchy mitnehmen. Ah, du bist so süß, ich töte dich. Ach. Irgendwie war das kacke süß. Kacke sie, was süß fände ich. Hallo, ne? Schreibt ja nicht, dass ihr sie süß fände, sonst habt ihr kein Problem. Die kommt von Teuer mit euch. Wenn ihr schlaft, schlebt. Aber, aber wenn ihr süß seid, also. Ja. Hört aus, nicht zu sein. Hässlich, Hässlich! Oh, so dämlich, ey. Also sollen sich die mit Hautproblemen bei dir melden oder so? Ja, so richtig große Akne-Pickel in der Fresse. Ja. Ne? Wollen wir doch alle. Da wird mir gleich ganz warm. Warte, Süße. Da wär der Schlimmer ganz feucht, wa? Wacht so markiert. Wartet mal, ich guck mal unten auf den Boden. Irgendwo muss das nicht wo sein. Das findst du nicht mehr. Das ist nicht jemand zu finden. Läuft nackig mit nem Cocktail über ne Wiese. Oh, Mann. Was ist Niveau-Fammer, was das? Vielleicht. Film. War das überhaupt schon mal Niveau-Foll hier oder so? Ne. Ich kann mich nicht dran erinnern irgendwie. Na, also. Niveau-Foll ist nicht in meinem Vokabular vertreten. Ne, Niveau-Foll ist nicht innen, also von daher. Ja. Am besten müssen wir so ganz viele rote Kreise und Pfeile auf unser Thumbnail machen. Die ganze Zeit nur von Titten reden. Ja, genau. Titten und Ärsche. Und, ja. Dann läuft das schon. Ja, das wird von der Jugend heut geklickt. Ja, ist einfach so. Es ist voll traurig. Ich hab auch schon überlegt, demnächst mach ich in jedes Thumbnail ein paar Titten rein. Vielleicht funktioniert's ja oder lass doch irgendwie irgendwelche blonden Girls da vorne drauf oder so. Ja. Dein Mahmut kotzt. Was? Hä, was machst du dich denn jetzt da ein? Hä, ich bin dackig. Geh weg. Geh weg. Alter. Wie lange das verbrot, bis die shit er wie. Was soll sterben? Ich muss leider arbeiten. Tut mir leid. Oh, ich töte hier so ein paar Dinger und es dauert fast. Die sind mit diesen Stacheln, die wir getamed, der einer da getamed ist. Ach so, ja. Ach so, ja. Wenn du so einen haben willst, ich hab leider gerade die ausgerollt. Ein T-Rex. Oh, die geben viel Fleisch. Was? Wo T-Rex? Angeflogen. Kommt wieder einer von da hinten? Da hinten, ja. Ja. Wo ist er denn? Also jetzt nicht der T-Rex. Mach ich kaputt. Hab das schon mitgenommen anscheinend. Hab getroffen. Ich auch. Kann doch. Welchen fliegst du da eigentlich? Mit rein. Was denn? Oh, okay. Oh, ein Petty. Welch server bist du? Ah, du bist ja niedlich. Ich fühle dich. Müsste Tom-Tom sein. Weiter. Das ist Tom-Tom. Öh, was lauft ihr weg von mir? Äh, wovor lauft ihr weg? In mich. In mich? Das klang jetzt auch wieder merkwürdig. Ja, echt? Dank kalt. Sehr frei. Das kannst du doch nicht bringen. Ich rette dich. Ha. Nicht. Doch, ich hab den... Ähm... ...Raptor einfach mitgenommen. So, wir können endlich abladen. Hier sind wir extrem lecky. Was bist du für komisches Ding? Ja, keine Ahnung, was da auch los ist momentan. Bist du lieb? Du steckst in meinem... Dings fest. Du bist niedlich. Oh, nein. Komm von vorne. Also bei Keks könnt ihr definitiv so feine... Special-Folgen sehen. Saw-Einlage sehen. Ich muss dich töten nicht. Oh, ist dagegen noch niedlich. Oh. Oh, 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 oh. Ey, ich möcht nicht wissen, was ich mit dem Todes mach. Ich könnt... Ich guck nach unten und hab 14 FPS, ey. Wie schlecht ist das denn? Sorry of my life, bitch. Sie hat grad mal zwei. Nein, ich hab acht. Oh. Echt? Hm. Ist traurig, ne? Neuer Rekorder, ja. Was soll ich tun? Aber der Ping zum Server sind 25, also daran nichts auch, ey. Ein Ping ist 21. Ich finde, die Affaires sind hier sehr schwanken. Keine Ahnung. Von 30 an ist das schon runter auf 5, weißt du? Das ist... Aber auch nur mal ein Ding, das ist so extrem. Und immer wenn ich einen Baum haue. Ja. Nasenbeinschwein. Weil dann bleibt der ganze Server auf. Nasenbeinschwein. Nasenbeinschwein. Ich hab Nasenbeinschwein gesagt. Na. Na. Machen wir 100 Folgen wieder hier auf dem Server und dann ziehen wir wieder um. Na. Na. Noch nicht. Schon noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Level 28. Und Level... seh ich nicht. Wo bist du? Was für ein Level bist du? Ach. Ach. Wir müssen einfach damit leben, dass es so ist. Wie ist das fest? So wie arg ist, ist. 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 so buggy. So arg eben halt. Ja. Boah ich hab den noch getroffen ey. Wie gut ich einfach bin. Das spielt eigentlich auch so beschissen auf Konsole. Auf Konsole soll es gut sein. Okay. Keine Ahnung. Da haben sie ja richtig viel Mühe rein gesteckt anstatt ne. In die PC Version noch was zu machen. Oh. Wo die Anfänger der ersten Spiele sind das nicht. Ja. Ja. Wir haben eine Art. Eben. Die werden nur abgefischt fürs Geld. Das ist schon traurig. Oh. Trotzdem spielen wir das Game. Oh. Eigentlich sind wir dumm. Aber es macht halt doch irgendwie... Es ist ganz nett. Ja. Wenn man damit mal angefangen hat ne. Ja. Wären die Bugs auch nicht. Dann würde es natürlich noch mehr Spaß machen ne. Aber. Wo die. Wo das Spiel hingeht. Ist natürlich das richtige Spiel. Ja gut. Ich hab mir aber auch gesagt. Also wenn ne. Der Release wirklich folgt. Und. Die Fehler die jetzt noch drin sind. Dann nicht wirklich. Einigermaßen behoben sind. Ich glaub dann lass ich auch arg wirklich. Dann geht's erstmal wieder. Für andere Spiel lang. Warte. Dann geht's erstmal wieder zurück in den Wald. Oh ja. Dann geht's wieder ab in the forest. Haha. Ja. Muss ich dann ehrlich sagen. Also. Ich hab. Ich find arg eigentlich viel geiler. Muss ich ehrlich bestehen. Aber. Vom Stand her ist Forest tausendmal weiter. Wohl die auch sehr lange gebraucht haben. Also. Ja. Aber das Team ist kleiner. Ja gut. Dann ist das. Und die haben sich auch nochmal komplett neu orientiert. Vom Team her. Oh. Alter. Diese Flugsaugen hier machen. Bam Bam. Wegen den Shadern. Ich glaub das. Biss schon so ein alter. Bad Elfen machen. Oh yes. Hat jemand Neues übernommen gehabt und 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 von daher. Ja. Witzigerweise ist es noch ein Spiel. Die von kleinen Entwickler spielen oder auch kleine Teams nur haben. Werden meistens besser programmiert. Ja. Bei denen ist es wichtig, dass das Spiel wirklich gut überkommt. Ja. Hier gebe ich vielleicht auch Wildcard nicht ganz die Schuld mit. Weil eben halt ist es ein Mod. Das dürfen wir alle nicht vergessen. Es ist privat. Ähm. Es ist auch in Ordnung wenn das Spiel Fehler hat auch mal ruckelt und sonstiges. Aber wenn ich mir jetzt nicht hinsetze und mir einfach mal die Performance von Arc durchlese. Was Arc für minimale und empfohlene Performance Werte haben möchte. Hier. Nicht nur das. Und wenn du dir dann auch nochmal anguckst. Wenn du die maximale reichst. Dass du das Spiel noch nicht mal auf voller Grafik auf 60er PS spielen kannst. Das ist schon ziemlich hart. Ja hier. Hallo. Ich erreiche in allem die empfohlenen Werte. In allem. Und noch ein wenig drüber hinweg. Wieder Fehler. Hallo. Ja. Das ist wieder rausgezogen. Ja. Dann machen wir doch mal wieder eine Pause. Ja. Dann führe ich meinen Gedanken noch schnell aus und dann gehen wir in die Pause. Ja. Was ich gerade noch sagen wollte. Es ist ja so. Ich merke es ja selber. Ich erreiche die empfohlenen Anforderungen. Ob vom CPU, vom Arbeitsspeicher her oder von der Grafikkarte her. Und ich habe solche Probleme. Das ist es. Das ist es. Ich weiß nicht was wir momentan bei mir diesen Fehler auslöst. Steht das nicht in der Meldung oder wie? Das wird ja extrem lange Code sein, wenn wir das. Das soll angeblich immer die Grafikkarte sein. Ja. Weil ist ja nur für Navidia. Ja gut. Wir verabschieden uns dann mal eben ins Päuschen. Für euch gleich wieder nur eine kleine Überblende. Bis gleich. Ciao. Ciao. Und damit willkommen zurück bei Ark Together Valhalla. 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 Was ist das so? Hihi, wie? Ja. Wichtig. Okay, wo die machen wir hier? Ja, wir sind mittlerweile zurück auf der Insel. Es hat dann doch alles etwas länger gedauert. Bei dem ein oder anderen. Jetzt haben wir einen Mega-Lag. Ich will Level verpunkten. Level verpunkten, genau. Vergeben hier. Punkte vergeben. Punkte verbinden. Der Kirby will Punkte verbinden. Ey, du musst deinem Kollegen nicht helfen. Das ist nicht nötig. Na gut, dann töte ich dich halt auch. So, Apex 2.0 ist auch schon über 200. Ja, dein Kollege ist tot. Ja, so ein Scheiß. Gut, ähm, ja. Wir wollen weiter bauen, würde ich sagen. Ähm. Du bist schon fleißig dabei. Sehr gut. Ich hoffe, ihr setzt keine Wände. Nein, 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 nein. Ne, ich bin gerade dabei, hier. Die, 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 die Plattform zu machen, wo der Turm drauf kommt. Achso. Wir wollen ja. Weil ich bin einfach so am jagen. Weil ich es kann. Sie macht wieder nichts anderes. Wie immer eine. Also nur Jäger folgen bei Jäger. Nur töten. Ja, dann bauen wir auch noch mal ein paar Foundations da, weil ein bisschen was ist da noch zu tun. Ähm. Holz haben wir jetzt genug, aber keine Fasern. Ich wette, darum hat sich keiner gekümmert. Oh, ist doch da in dem einen Schrank, auf dem anderen Schick. Geh weg. So, hier ist so ein Fususaurum. Bist du gut? Bist du gut? Leck. Dann gehts Leck, 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 Leck. Wieso, so weit das Ammo durchgekriegt? Ja. Und ich hab auch noch einer um die Ohren gekriegt. Oh. Ja, Frechheit hier. Du nackter Mann, du. Brügelein. So, haben wir das wieder auf dem Floß. So. Ähm. Na, wie groß bist du denn, Schnuffel? Oh, Schnuffel, Putsi, Eidididi. Oh, Level 8. Was tust du denn? So'n... 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 So'n Kackvieh. So'n Flug... Ach, du willst so'n Flugteil haben. Flugschraub. Oh, Level 8. So. Dann halten wir anderen auch so ein bisschen aus. Schau'n da nach. Ich gar nicht. Ich hab keinen Fernrohr mehr. Macht nix. Dixi, wo hast du Wände gelassen? Ich bei mir. Soll ich die bringen? Ja. Oh, Leck. Ich weiß nicht, was sagt ihr? Das ist ein 16er. Der ist scheiße. Ähm. Okay, jetzt hab ich hier nur 3. Ah ne, soll ja ab hier angehen. Ding, 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 ding. Hm. Level 44. Oh necks hier. Das muss höher. Minimum 100. Minimum. Alla mini, 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 mini. Mini, mini, mini. Mini, mini, mini. Bösschenkette. Ja. Mini, mini, Bösschenkette. Toll. Tolle Reaktion. Ich halt ab jetzt das Maul hier. Pannas. Was denn? Können wir hier alle mal hier. Oh. Macht doch einen Scheiß doch selbst hier. Also könnt ihr auch ihn schon lecken. Jetzt kriegen wir hier keine hin, ne? Naja. Ja. Ehrlich. Was wäre denn die beste Reaktion auf Mini-Wini-Würstchenkette? Wer wollte das denn weiter singen? Aber ich kenn die Texte nicht weiter. Ich auch nicht. Juuu. Okay, was lassen wir uns denn hier mit einfallen? Schreize falsch rum. Aber muss einfach mal noch. Ähm. Ja, ich bin am Morgen. Das ganze Ding wahrscheinlich auch stellst. Klang doch nicht nur daran, weil das... Klang doch nicht nur daran, dass das Viech fett war. Das ist einfach langweilig. Äh, langsam. Einfach langweilig. Ja, bei mir ist es auch so, Flügebewegung ist irgendwie... Wir haben gerade gar keine Probleme. Kaum seid ihr nicht da, haben wir 30 FPS. Ich bin der Kirby. Gar keine Probleme. Ach. Bitch. Hey, Maui. Das warst gerade du, was da gestürzt ist, oder? Was ist noch eine Runde? Habt ihr euch lieb? Nein. Absolut nicht, merkst du doch. Die nächste Schöle? Gehen gleich beide auf die Stelle treibe. Oh ja. So. Dann schubs ich ihn runter, was? Hopp. Oh, der war voll gut. Dann schubs ich ihn runter. Dann noch Eigenlob耶. Als Eigenlob stinkt man. Ist mir doch egal. Ja, was rennen hier für Dodoherden durch die Gegend? Ist voll cool, ne? Das ist voll nervig. Ich hab auch schon so ein Türeingangsdingen gebaut, falls ihr wisst, wo die Tür hin soll. Ich bin da! Ich bin da! Hier ist keiner. Wo seid ihr? Müssen wir alle feiern. Keksi ist da. Yeah! Hallo! Hätt's dann auch mal geschafft. Kapsi hat Kacka gemacht. Äh, da ist mein Inventar. Ich hab ein Leg. Leg, Standbild, Leg, Leg, Standbild, Leg. Null, null FPS. Ach, Kacki, die Wände hab ich bei Dings drin. Hier, einmal das. Eifer? Hast du noch Pollers? Ja, aber drei würden schon reichen. Ich brauch hier welche. Ich kann ein Leg wie möglich generieren, damit Kekse sich aufregen. Unter dem Teil brauch ich hier, äh, genau, schmeiß einfach raus. Hast du das mitgenommen? Ja. Ja, hab ich. Hier, warte. Bleiben Sie stehen, Herr Alpha. Ja. Danke. Alter, 35, die hab ich jetzt. Ui. Uiuiui. Wo flieg ich denn jetzt hin? Ich glaub, ich kam so aus der Richtung, dann flieg ich klar, glaub ich, wieder hin. Hm, wir lenken den, ne? Ich glaub, der Turm ist ein bisschen groß geworden, oder? Ja, so, dann haben wir die Ecke fertig. Und schauen wir noch mal hinten. Siehst du da, da die Hälfte vergessen. Äh, wir müssen neue herstellen. Ja, es müsse sehr groß geworden. Ja, ne, oder? Ach du, wow, ja, doch. Ja, das geht eigentlich nicht zu bremst. Und wieder fängt dann mein kleiner Finger an, um zu schlafen. Ja, dann müssen wir auf der linken Seite aber auch noch so weit rausgehen. Also auf der anderen Seite. Das ist drei. Hinterbium ist ja jetzt für mich verboten, also guck mich mal woanders rum. Wo ist denn jetzt dieses Fliegedings da? Ich hab mich gesehen. Du verhungerst schon wieder, ja, ich geh mal kurz nach Zimmermuth. Wir kommen gleich wieder. Der ist schon wieder am Verhungern. Wir. Komm. Das Körbele. So, wie hat Keksi jetzt nichts Expares hier, ne? Wie sowas Expares. Du hast den ganzen Tag auf der Jagd, bis hier. Das hat mein Vogel. Toll. Ey, guck in den Wolf, da ist das Fleisch drin, da muss ich nur praten. Ich hab nix da, aber so. Also der hat gut drin. Das ist ja eine Wahnsinnsräfe heute wieder. Also ein Wolf, das ist kein Fleisch drin. Du willst doch nur praten. Ja, echt. Ja, aber ich bin noch nicht fertig mit dir. Ja, aber du musst doch immer daran denken, dass wir versorgt sein müssen. Wir bauen noch dein Haus, damit du nicht auf der Straße leben musst. Scheiße, hier ist echt nix. Ja, dann geh da nicht ab. Ich hab da vielleicht drin. Wir haben da noch was. Archie ist auch noch was drin. Jetzt dehidriere ich auch noch. Jetzt kommt alles hier. Du musst mal mehr auf deine Gesundheit achten. Aber was ist denn das für Gesundheit? Kenn ich nicht. Ja, echt. Ekelig. Kann man das essen? Ungesund, glaube ich. Fliegt schneller, Fliegefliech. Alter. Was? Der Scheiß, ich will mich echt verarschen. Kennt ihr das? Ihr setzt immer in der Wand ran richtig, ne? Und sie sitzt richtig. Und dann setzt ihr sie und dann ist sie doch verkehrt rum. Ja, genau. Wieso kriegen sie diesen Bug nicht behoben, ey? Als sie sich denken, das ist ein tolles Feature. Ja, dass du die Wände fünfmal baust, ey. Ja. Ich glaube, die machen ihr Spiel mit Absicht unbeliebt. Ja. So ein bisschen, manchmal ja. Wo ist er jetzt? Gehen wir auch schon wieder in die nächste Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Kann Gott nicht. Und. Ich kann Gott nicht. Bis zur nächsten Folge. Ich prüge mich gerade. Ich kann doch nicht ausmachen. Warte, warte, gib mir eine Sekunde. Lauf nicht von mir weg. Oh. Gib mir eine... Warte, 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 warte. Warte, warte. Warte. Oh, der will nicht sterben. Ne? Der ist hartnäckig. Wo ist er denn jetzt? Ich kann nur meine Ausbau in Ruhe holen. Ruhe. So. Okay. Jetzt kann ich. Tschüss. Tschüss.